Jo Leute, was geht ab? Hanni am Start. Ja Freunde, nach den Openings der Mystery Boxen von Lotticards haben sich einige von euch gewünscht, dass ich auch mal die Mystery Boxen von Pushtich öffne. Und genau so eine habe ich mir jetzt bestellt. Als das Päckchen heute ankam, war ich ein bisschen verwundert, weil in der Produktinformation aufgeführt war, dass, ich blende es euch hier mal ein, OVP, Sealed Boxen, Packs und so weiter enthalten sein können. Das ist letztendlich das, was ich erhalten habe. Also es sieht nach vielen Einzelkarten aus. 1, 2 Päckchen sind bestimmt drin. Hier steht es auch nochmal drauf. 100 Euro Soccer Mystery. Genau. Ja, ich bin gespannt, was jetzt drin ist. Ist auf jeden Fall keine Sealed Boxen enthalten. Aber wir schauen mal, ob der Wert auch der Einzelkarten die 100 Euro übersteigt. Dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit und gehen direkt rein ins Opening. Viel Spaß mit dem Video. So, dann haben wir jetzt hier unser Tütchen im Pushtich-Zip-Beutel. Und dann würde ich sagen, öffne ich das Ganze mal und nehme mal alles raus, was darin enthalten ist. Ich hoffe, ohne irgendwas zu spoilern. So, okay. Jetzt sehen wir schon mal ein paar Sleeves auf jeden Fall. Auch immer nicht verkehrt, kann man immer gebrauchen. Die nehme ich mal runter. Vielleicht brauchen wir die ja gleich noch. Haben wir gleich welche liegen, wenn wir aus den Packs was Gutes ziehen sollten. Und dann sehen wir doch schon das ein oder andere original verpackte Pack. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Da bin ich sehr gespannt. Dann würde ich sagen, ja, das sind sogar, das ist sogar ein Dreier-Pack von der Premier League Panini Chronicles. Jetzt mit jeweils fünf Karts per Pack. Hier haben wir noch ein paar Top-Loader. Okay, dann sind es doch keine Einzelkarten. Also, es sind alles Packs. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier jetzt Einzelkarten enthalten sind. Aber das sind alles Top-Loader. War auch so in der Produktinformation angegeben. Okay, dann sah es von außen anders aus. Dann gucken wir uns die Packs mal an, die jetzt hier enthalten sind. Also, wie gesagt, drei Päckchen mit jeweils fünf Karten. Panini Chronicles, Premier League. Einmal Top's Chrome, Woman, Champions League mit vier Trading Cards. Ein Päckchen Top's Deco. Okay. Einmal Top's Yogasso. Ich glaube, das ist die Serie Yogasso von Roberto Firmino. Dächtig. Ich schaue aber nochmal nach. Dann Panini. Donrass Elite mit zehn Karten pro Pack. Aus der Saison 22-23. Einmal Donrass Elite FIFA. Ein Päckchen Merlin 22-23. Und ein Päckchen Merlin aus der Saison 21-22. Das sind die Packs. Dann würde ich sagen, öffnen wir die drei auf jeden Fall zum Schluss. Ja, dann beginnen wir mit den Frauen, machen dann die Panini Packs und zum Ende hin die vier Packs von Top's. So, die packe ich mal zur Seite. Okay. Erstes Päckchen. UEFA Women's Champions League der vergangenen Saison 22-23 mit vier Karten. Gehen wir mal rein ins erste Päckchen. Drückt mir die Daumen. Beim Frauen kenne ich mich natürlich jetzt nicht ganz so aus. Also alle Frauen kenne ich nicht. Das ist auf jeden Fall der VfL Wolfsburg. Tabea Wassmuth. Top Scrum. Dann. Fridolina Rolfö von FC Barcelona. Dürfte Linksverteidiger-Position sein. Man kennt es aus FIFA. Hat, glaube ich, auch relativ gute Stats. Als Rookie. Okay. Ada Hederberg. Auch die bekannt aus FIFA. Stürmerin von Olympique Lyon. Ebenfalls als Rookie. Und eine goldene Karte. Lena Latwein. Rookie vom VfL Wolfsburg. Und die ist nummeriert. Oh. Keine schlechte Nummerierung. Zu 50. Lena Latwein. Zu 50. Nicht verkehrt. So. Da haben wir auch schon Nutzen gefunden. Für das erste Sleeve. Und den ersten Top-Loader. So. Also für ein Vierer-Pack gar nicht so verkehrt. Den ersten Hit. Lassen wir mal hier liegen. Die räumen wir mal noch zur Seite. So. Und dann machen wir weiter. Zweites Pack wird das Panini Donrass Elite. FIFA. 22, 23. Mit 10 Karten enthalten. Bei Panini kenne ich mich jetzt gar nicht so aus. Da weiß ich nicht, wo die Hits sitzen könnten. Wollt die auch sehr schöne Serien haben. Wir beginnen mit einer Rookie-Kart. Von Christian Volpato. Für die AS Roma. Juiz Koundé. FC Barcelona. Dann geht es weiter. Ismail Benassar. Für AC Milan. Weiter geht es mit Alex Kral. Für die Tschechische Republik. Nationalspieler. Rookie Pablo Touré. Vom FC Barcelona. Spellbound. Michaelo Moutryk. Eine Insert-Card. Als Rookie. Atem Bondarenko. Für Schachtjord Donetsk. Ebenfalls Rookie-Kart. Min Jae Kim. Vom FC Bayern. Hier für die Koreanische Republik. Als Rookie. Emily Fox. Also auch Frauen enthalten. Für die United States. Und letzte Karte. Marcos Acuna. Für Argentinien. Ist die nummeriert? Ist die nicht nummeriert? Okay. So. Let's go. Dann geht es weiter mit dem nächsten Panini-Pack. Donrass Elite. Premier League. Vielleicht da ein bisschen mehr Glück. Und wenigstens eine nummerierte Karte. Okay. Wir beginnen mit Tottenham Hotspur. Papé, Matar, Saar. Als Rookie. Design ist schon nicht schlecht, ne? Virchel van Dijk. Für Liverpool. Fiat Vision. Sven Botman. Newcastle United. Antony für Man U. In Gold. Nathan Semedo für die Wolves. Alexander Arnold. Liverpool. Emile Smith-Rowe für Arsenal. Alex Iwobi erwarten. Matty Cash. Aston Villa. Und letzte Karte. Bobby de Cordova Raid für Fulham. Also auch hier scheinbar keine Insert- oder Numbered-Card enthalten. Ich schaue nochmal kurz hinten durch. Ne, auch Virchel van Dijk. Das hätte jetzt ein Insert-Card sein können als Fiat Vision. Auch die nicht nummeriert. Und der Rest waren alles Base-Cards. Okay. Also die zwei Panini jetzt noch nicht wirklich gegönnt. So, zack. Dann machen wir weiter mit dem Dreier-Pack. Panini Chronicles. Premier League 22, 23. Mit drei Päckchen A5-Karten. Achso, das ist jetzt so ein Multi-Pack. Einmal Premier League, einmal La Liga Santander und einmal Serie A. Okay. Dann beginnen wir einfach mal mit der Serie A. Aus jeder Liga fünf Karten. Let's go. Ederson Rookie für Atalanta Bergamo. Oh, die ist umgedreht. Es ist eigentlich, also zumindest bei Tops immer ein gutes Zeichen, wenn die verkehrt rum sind. Ne, es sind mehrere verkehrt rum. Okay, ich drehe es einfach mal um. Chronicles, Johann Vasquez. Domenico Berardi für Sassoulo. Ist die nummeriert. Auf jeden Fall ein geiles Design. Ne, es scheint nicht so. Obwohl die so golden und besonders aussieht. Certified. Vielleicht ist das zumindest ein Insert. So, dann haben wir die auch noch umgedreht. Rookie Montevago für Sampdoria. Und Rookie Mario Gila für SS Lazio. Also auch hier wieder keine Numbered Card enthalten. Okay. Ich hoffe, es wird hier nicht zum Bruch-Break. Wir machen weiter mit der La Liga Santander. Das ist jetzt nur eine nummerierte Karte. Und das war die gute Lena Latwein vom VfL Wolfsburg. Vielleicht in Spanien mehr Glück. Alex Beringue. Sergio Canales. Also aus jeder Liga certified. Eine certified. Dann Playoff. Rodri Sanchez für Real Betis. Okay. Also die Designs sind echt nicht schlecht. Rookie Torrientes. Für Real Sociedad. Auch die nicht nummeriert. Und Rookie Ramazani für Almeria. Okay. Und das war schon wieder das zweite Pack. Also seht es mir nach, wenn ich mich bei den Insorts von den Panini-Kollektionen nicht so auskenne. Meistens immer Tops-Breaks, die ich mache. Das lässt sich auf jeden Fall auch sehr bescheiden öffnen. Ich hoffe, hier unten geht es ein bisschen besser auf. Ja. Okay. So. Dann das letzte Panini-Pack. Dünne Ausbeute bis jetzt. Bernd Leno. Premier League also jetzt noch. Ja. Full Hem. Vincent Guiata. Keeper von Crystal Palace. Auch das ein schönes Design. Mit dem Porträt noch. Aber auch das anscheinend. Maximal eine Insert-Card. Dann Rookie Dennis Undaf. Der jetzt mittlerweile beim VfB Stuttgart spielt. Für Brighton & Tove. Dominic Carvert-Lewin. Für Everton. Und Theriot-Henry. Als Legende für Arsenal. Ah. Der hätte es jetzt noch ein bisschen rausreißen können. Also eine nummerierte Theriot-Henry-Card hätte ich natürlich genommen. Aber okay. Keine nummerierte aus den drei Panini-Packs. Aus dem Multipack. Immerhin die ein oder andere Rookie-Card. Aber Panini war jetzt echt sehr bescheiden. Okay. Dann machen wir weiter mit unseren vier Top-Specs. Wir beginnen mit Jogasso. Wie gesagt, wenn mich nicht alles täuscht, dürfte das die Serie von Roberto Firmino sein. Oder hieß die Jogua Bonito. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Nee, das kommt eigentlich hin vom Design her, ne? So, Richard Lisson. Für Tottenham. Alphonso Davies. FC Bayern. Julian Alvarez als Rookie. Und die ist nummeriert zu 49. Das ist natürlich Big. Das ist schon mal Big. Sehr, sehr nice. Ruben Diaz. Ebenfalls Man City. Rookie Enzo Fernandes. Und Rookie Fabio Carvalho für Liverpool. Eine Rookie-Card von Julian Alvarez zu 49 ist Big. Also erstes Top-Spec. Und schon läuft's wieder. Sehr, sehr nice. So, packen wir den noch in den Top-Loader. Let's go. Jawohl. Schönes Design und passt natürlich auch farblich. Sehr, sehr geil abgestimmt. Blau auf Blau. Dieses Himmelblau. Sehr geile Karte. Nimmt man mit. Das ist jetzt unser bester Pull. So, dann geht's weiter mit Top's Deko. Und das dürfte vom Design her die aktuelle Saison sein. Also 23,24. Was aktuell sehr, sehr im Hype ist. Wenn wir jetzt hier einer der beiden nummerierten oder das Autogramm ziehen, dann hätten wir auf jeden Fall den bezahlten Preis wieder drin. Also beim Autocraft kommt's wahrscheinlich da ein bisschen näher. Anhand der Kartendicke kann man's eigentlich schon erkennen und sieht hier nicht danach aus. Das dürften alles Base Cards sein. Markus Duram. Niko González. Alvaro Morata. Cevchenko und Leao. Kökçü. Poutelas. Poutelas. Enchizio. Und Touré. Leider nichts brauchbares enthalten. Zwei Merlin-Päckchen noch. So, dann gehen wir chronologisch nach den Jahren. Beginnen mit dem Lilan-Pack. Das bedeutet Saison 21,22. In jeder noch vier Karten. Zwei Chancen noch, was Gutes zu pullen. Zuerstes Pack. Merlin. Mason Mount. Schätsi. Anthony. Für Ajax. Rookie Afena Giong. Für Asrom. Und Kurka. Für Atletico Madrid. Vier Base Cards. Letztes Pack. Merlin. Der Zauberer. Muss jetzt gönnen. Merlin. Eine gute Serie. Die neue Kollektion 23,24. Steht ja auch kurz vor der Auslieferung. So, Rookie Güsang. Für Nantes. Concesario für Ajax. Pedro Goncalves. Für Sporting. Klub Portugal. Und immerhin nochmal eine nummerierte letzte Karte. Enzo Fernandes. Als Rookie zu 50. Für Chelsea. So, da packen wir die mal noch zur Seite. Und dann gucken wir uns unsere drei Hits zumindest nochmal an. So, Lena Latwein als Rookie vom VfL Wolfsburg. Dann hatten wir Julian Alvarez als Rookie zu 49. Die letzten Verkaufspreise zu den drei Karten blende ich euch unten mal ein. Damit wir so einen ungefähren Wert haben. Und Enzo Fernandes als Rookie aus der Merlin Kollektion zu 50. Ja, dann soll es das auch schon wieder gewesen sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wer Interesse hat, wir streamen jetzt auch regelmäßig auf Wokt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und vielleicht auch an dem ein oder anderen Break teilnehmen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich verlinke es euch mal in der Videobeschreibung. Dann freue ich mich wie immer über ein Däumchen nach oben und ein kostenloses Abo. Und sage bis zum nächsten Video. Tschö, tschö.